Hey! Oh! Und damit wieder herzlich willkommen zu einem kleinen Scammer-Test. Ja, Lenny is gay. Ähm, so heißt er. Ich packe mir mal ein bisschen Essen hier rein und frage ihn mal, was ein Beacon kosten würde. Er hat nämlich geschrieben, dass er Beacons verkauft. Und ich verschreibe mich hier gerade schon wieder. Wie viele Beacons würdest du kaufen? Eine dritte. Mehr Geld habe ich nicht. Also ich habe eigentlich schon mehr Geld, aber... Jo, ich werde schon wieder schmarrn. Ich habe sogar auf dem Account derzeit 54k, das sollte locker reichen. Das macht dann 1,5... äh, 1,2. Äh, Lenny ist, äh, gay, äh, ja. 1,20, oder? Ja, habe ich dir gegeben. Bin mal gespannt, ob ich den Beacon auch bekommen werde. Hallo. Habe bezahlt. Habe bezahlt. Warum willst du jetzt nochmal 54 Dollar haben? Äh, hallo? Nenny. Äh, gib mal meine gekaufte Ware. Ja, er hat mich gekillt. Lol. Musst du ja so kommen. Äh, habe ich hier irgendwo... Oh, ich habe mir das hier klingelt. Im Moment, ja. So, habe ich noch Schuhe? Gehen wir noch mal zu ihm. Vielleicht kann ich mir das Ganze hier zurückholen. Hey. Hey. Hallo. Was ist mit meinen Sachen? Okay. Er hat mich fast gekillt und hat, äh, ja, irgendwie... Und damit melde ich mich mal kurz aus dem Schnitt. Ich habe das Bild für euch jetzt gerade mal eingefroren. Wir sehen hier nämlich was sehr Interessantes. Auch ich mache Fehler. Und hier im linken Bildschirm sehen wir, dass der Scammer gestorben ist. Das habe ich im Videoaufnehmen gar nicht mitgekriegt. Aber es ist auf jeden Fall so. Und er ist hier gestorben. Und wenn ich das gesehen hätte, wäre das, was jetzt gleich passiert, vermutlich niemals passiert. Also. Viel Spaß beim weiteren Video. Entweder er hackt oder er hat ihn sehr stark gesperrt. Ach so, das ist nur eine... Oh man. Das ist nur eine Low-Rüstung. Damit habe ich natürlich keine Chance. Ähm, ist die Frage, wo die Ratte jetzt hinten ist. Der wird wahrscheinlich einfach disconnected sein. Nö, ist er tatsächlich gar nicht. Ähm. Vielleicht. Hier ist er. Hallo. Scammer. Sag ich. Abge. Wir sagen es abge, Leute. Komm ruhig her. Dann kill ich dich. Wir können jetzt gleich mal versuchen, dass wir den dann erkriegen. Jetzt hat er uns nochmal gekillt. Super. Und er hat dann auch noch, ähm... Okay, das war sehr schlecht. Das war schlecht. Er hat einen OP-Apfel gegessen. Da habe ich wohl gefehlt. Das war wohl nix. Da hat er uns jetzt umgescannt mit dem... Mit der Klinie. Aber da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Ähm. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dich auf meinem Account hier bin. Bis gleich. Ja, dann tun wir ihn einfach startkicken. Startkick. Lenni ist cool. Scammer. Live im Video. Ja, äh... Meine... Meine Klinge ist weg. Und mein Beacon hat er mir auch gescammt. Also es war kein... Besonders guter Tag heute. Wir haben ihn jetzt wenigstens noch gestartkickt. Ähm... Ja. Das war es dann auch wieder für heute. Ähm... Kaiser Tobias 1 hat im Übrigen gewonnen. Wenn er sein Haus abholen will, soll es... Dich bitte bei mir melden. Ähm... Beziehungsweise er ist eh in meinem Clan. Also sollte das kein Problem sein. Melde dich einfach bei mir. Und dann kannst du es dir holen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.